so moin pro herzlich willkommen zum video vom color shooter mit 180 schuss von nico aus dem noma 599 kostet der ganze spaß dort und ich würde mal sorgen wir stellen das ganze mal auf stände auch noch mal sicherheitshalber steinchen direkt daneben und danach können wir uns mal den color shooter ein 180 sehr cool schnelle schlussfolge hat auf jeden fall was also der kann was der kann was da ist doch absolut in ordnung bei denen schaut gerne in nächstem video da rein